Das ist das kürzeste Video, was es auf meinem YouTube-Kanal gibt, denn es ist nur eine Aufforderung an euch, an jeden, der hier zuguckt. Schickt mir eine Nachricht, kommentiert unten, wenn ihr eine Live-Debatte haben wollt zum Thema, kann jeder Mensch vegan sein, beziehungsweise ich habe die Meinung, jeder, der hier zuguckt, hat die Möglichkeit, vegan zu sein und sollte demzufolge auch vegan sein, denn Tiere auszubeuten, nur wenn man Lust drauf hat, ist falsch. Wenn du denkst, du kannst meine Meinung dazu ändern oder hast ein paar Gegenargumente gegen Veganismus, schreibt unten rein, wir organisieren eine Live-Debatte und sehen, was passiert. Besten Dank, ich bin raus, ciao.